Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Hier bei der Rosenbörse in Zug gibt es ganz etwas Spezielles und vor allem Pflegeleichtes. Gefriert getrocknete Rosen in einer edlen Box. Diese muss man nicht gießen und den Staub entfernt man, indem man ihn einfach wegbläst. Passend zum Valentinstag gibt es diese auch in Herzform. Schönen Valentinstag! Tschüss!